was glaubt man oder sie weiter und willkommen zurück zu einem weiteren let's play von jumpforce und ja so euphorisch und optimistisch muss ich heute sein damit ich nicht an den kämpfen verzweifelt die gleich stattfinden werden deswegen gehe ich hier mit elan rein und mit kraft und power oh ich wollte gar nicht online jetzt welches alles habt ihr euch alle verlaufe hier ich weiß gar nicht warum ich online geklickt habe aber nicht schlimm sofern ist ja das ist nicht schlimm ich hoffe es beeinträchtigt die ladezeiten nicht kann ich mir vorstellen naja würde sagen wir machen einfach mal weiter mit unserer storyline und ignorieren alles andere und jetzt rettung von hier jumpert konoak so gucken uns das ganze man das ganze hier verlaufen wird und ja ich bin jetzt echt darauf ich sag es glaube ich in jedem part aber ich will einfach nur wissen wann ich am ende bin weil irgendwie fühlt es sich so an irgendwie auch nicht irgendwie bin ich so irgendwo im nirgendwo die irgendwie von euch das schon das game schon durchgezockt haben die wissen wahrscheinlich also sicherlich natürlich wo ich mich gerade befinde aber ja wir halten einfach mal drauf und gucken was jetzt ab geht oh konoha alle kann ich mich nicht ja auch so katholos 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 das auge rf kind Ich will nicht so gut sein, ob du es zuletzt oder nicht. Chakra hier, Chakra dort. Die Sache ist sie. Mein Charakter benutzt kein Chakra. Was willst du jetzt machen, Kaguya? Daran hast du wohl nicht gedacht. Die Lady in Weiß. So kannst du auch laufen, Legend. Wenn man das vergisst, dann vergisst man sowas halt. Es ist mir egal, wer du bist. Ob du Kaguya, Otsuki, Wisch oder Kaguya, whatever. Einfach nur, komm ran, lass den Kampfschade. Okay. So. Hey, ich hab's geblockt. Ist mein Control angeschlossen? Oder was geht gerade ab? Achso, wenn man Scythe kann man nicht mehr schützen, oder was? Ah, okay. Guck mir, was gedenkt ihr euch eigentlich? Ich hab's geblockt. Gehe. Oh, ja. Hier ist die Frage. Ah, ja. Da, da. Ah, waaah! Was ist das? Machen wir keine Angst Armee. Hilfe, ruhig! Ja, hoffentlich gab das. Brrrr! Ach so, sie konnte sich schützen. Macht Sinn, nachdem ich sie... Es hat nicht mal getroffen, oder was? Wollen wir wieder so anfangen, oder was? Komm ran und kämpf! Oh, was? Frech? Gaara, hilf mir! Ich seh nichts! Gaara, hilf mir! Das letzte Rasengan! Boom! Easy! Das Rasengan! Das wir das noch geschafft haben, ey! Ein Wunder! Ohne Spaß! Ein Wunderinho! Aber gar nicht mal so schnell gucken! Ganz kurz gucken! Meine Brust, sie fühlt sich so... Auf die Knäxen kann! Oh je, oh je! Ah! Dieser Kampf! Dieser Kampf! Okay! Gott sei Dank gewonnen im Endeffekt! Da... Nicht das Wichtige! Ähm... Ja... Kaguya! Die nette Dame! Was hat denn das mit dir? Ja, alle hauen ab, Mann! Tschüss! Wir sehen uns dann irgendwann wieder! Nicht mal ein Wort, sagt sie! Und die Deppen... Die drei gucken da einfach zu! Pst! Ich meine, wir könnten es auch hier und jetzt behalten! So, was soll das? Sie war geschwächt! Glück! Ich hab sie gebombt! Ja... Komm! Jetzt stell ich meine zusammen! Ich benutze kein Chakra, wie oft noch! Ja, Otsaru, komm! Hier, hilf uns so ein bisschen! Dann schiebt man mich wieder in die Basis zurück! Ich schlüsste der Plan, oder was? Wenn man Hilfe braucht! Otsaru, komm jetzt bitte helfen! Äh... Es scheint nicht leicht, der Beste zu sein, Freunde! Ne, ich mach natürlich nur Spaß, alles gut! Oh, was geht's? Ich muss doch nicht zurück, oder was? Was?! Hast du uns gerade applaudiert, oder was? Was?! Was?! Hast du uns gerade applaudiert, oder was?! 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 Junge, hör du auf, einen Käfer zu sein! Oh, noch ein goldener Käfer! solicitor! Versuch's doch! Immer diese böse richtigen Mid-R Myth Lore. Warum trippen diese immer? Komm ran! Schau mich nicht zu an, in h hele! So soll die Welt aussehen, dass sie sich machen. Dann mach doch. Dann mach doch. Auch was warst du. Kannst du auch andere Mimik... ... immer so, links, rechts, drüben, Schulte, drüben, äh... Komm ran, Junge. Kämpf jetzt in Cain. Willst du mir das damit sagen? Nur her, komm nur her, Junge. Einmal so. Ah, ich hab ja zwei Loops am Start. Gara und Naruto. Ey... Das macht's jetzt nicht besser, um mehr zu sein. Wieso krieg ich Gara und Naruto die Zain Loops? Also ich hoffe, die meisten müssen das Spaß machen, ne? Weil es gibt halt manche, die sich dann aufregen oder sich... ...betroffen finden, fühlen. Was? Wieso haben sie den so okay gemacht? A2, Junge. Das geht so. Wo bist du? Ah! Hilf mich! Hilfe! Hilfe! Ah, hilf mir! Bitte! Lass mich in Ruhe! Ich bin doch ein Junge! Komm ran, Junge! Das Rasengan! Ja! Nein! Ich hab gesagt, Naruto ist ein Loops. Der hat uns jetzt zerfenzt in einer Sekunde. Aber es lag nicht an mir, my boys. Haha, es war Naruto der Loops. Ne, jetzt konzentriere ich mich mal bei der Sache, weil der hat echt... Was? Was? Was haben die mit dem gemacht? Kane Rooney. Der hat ja total skippt mit dem. Der war auf einmal Ü-Bahn. Der kann sich teleportieren links, rechts, schlimmer als Eisen. Jetzt machen wir mal langsam. Jetzt müssen wir die Sache mal schön... Langsam machen gehen. Let's go. Die Technik, die ich jetzt anwende, ist Schutzkreis. 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 Ah, okay. Ich glaube, der brakert meinen Schutz, aber. Ah, okay. Das ist ja gut. Jawoll! Ich dachte gerade, jawoll, schick deine Laka ein. Ja, schick deine Laka ein. Easy Foto für mich. Ichاغjas. Was scheiße. Schickיות. Oh! das war mein fehler ich bin es war mein fehler ich dachte ich hätte genug zeit um nach hinten auszuweichen das war scheiß von mir man es geht auf meine kappe ich dachte ich hätte genügend zeit um nach hinten auszuweichen ich hoffe er wechselt wieder seine seine untertanen ein weil er selbst macht schon ein bisschen probleme dann kann es doch ausweichen Was? Er hat 10 getroffen. Shidori tausend Vögel Jawohl Es gibt nur eine! Komm schon bitte triff! Final Flash! Oh mein Gott Jawohl Oh mein Gott, ich dachte ich hatte ihn! Oh mein Gott, ich habe meinen Kontroll schon weggelegt Ich dachte ich hätte ihn mit dem... Oh mein Gott, ich dachte ich hätte ihn schon Okay, Gott hat er noch gewonnen Krass, krass, okay Oh mein Gott Ich dachte ich hätte ihn schon Ich war gerade dabei meinen Kontroll wegzulegen und dachte Jawohl, jetzt haben wir ihn erledigt Dann dachte ich, warte mal, das stimmt was nicht wie vorhin Aber gut Wie viele Remages waren das? Vier oder fünf? Man kennt's Naja Man kennt's Aber zum Glück haben wir noch gewonnen, sag ich mal dazu GG Und... Was ist das denn zu sagen? Ich dachte du würdest die Welt verändern Jetzt hast du schon auf die Schnauze bekommen Was ist jetzt los? Jetzt bin ich auf seine Ausrede gespannt So sehr Wahrscheinlich dreht er sich auch um und geht einfach Ich bin schon auf die Schnauze Du hast verloren Mann Ich hab' die Schnauze Ich hab' die Schnauze Ich hab' die Schnauze Und das ist die Schnauze Ich hab' die Schnauze Ich hab' die Schnauze Du bist ein Schwächling. Du bist ein Schwächling. Ich bin nur ein Schwächling. Ich bin nur ein Schwächling. Was? Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Komm ran. Ah, wie cool das ist. Was geht jetzt hin? Alter, lass mich kämpfen. Bitte, bitte. Ich komme auf euch nicht klar. Ich kenne mein Moveset, nicht euren. Oh, nee. Wenn ich jetzt mit Goku, Raffi und Naoki kämpfe. Ach so, ah, okay. Schwerst du! Schwerst du! Oh, was? Oh, Ultrainzink. Komm ran, Junge. Was, Schwächlinge? Ich hätte es auch selber geschafft. Warum stellen die mich als so schwach da? Ich habe alle gecarried im Kampf. Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich spiele. Hallo. Ich spiele. Wieso werde ich jetzt als Schwächling dargestellt? Keine Ahnung. Was soll das? Ich bin in Ordnung. Mir geht's prickelnd. Ich sitze auf dem Stuhl. Lass mich kämpfen. Der hat ganz klar einen Jirenkomplex. Ich mache gar nichts zu mir. Ich kämpfe. Ich mache gar nichts. Das Spiel stellt mich nur so dar. Ja, hört nicht auf euch. Lass mich kämpfen. Meine Güte. Keiner weiß. Ey, ganz ehrlich. Wieso kann ich nicht gegen den einzigen 1-Grad kämpfen? Der labert einfach irgendwas. Das Spiel ist zu Unrecht. Das Spiel ist zu Unrecht. Das Spiel ist nicht als Schwächling da. Ah, Mann. Kleiner Pesser. Komm rüber. Das Spiel kommt nicht auf euch. Ich bin durch das Spiel. Das Spiel kommt nicht auf euch zu. So, ja. Du bist nicht wunderschön. Mach mal! Jungs, HDF und lass mich einfach da ran. Lass mich einfach da ran. Du bist nicht so. Du bist noch stärker. Gara. Ich bin zu dem. Aber... Du musst dich zurückbringen. Gara, ich bin zu dem. Ich weiß. Ich geh zu. schwächtigen dargestellt werde ich kann leider nichts anändern das spiel war natürlich ein spaß aber ich bin schon komisch ich bin der der alles carried und auf einmal würde ich so als richtiger schwächtigen dargestellt also gar keine chance den king dem ist aber nicht so es ist eigentlich jetzt einen fetten senkai boost und dann ist das geregelt ja von der ist so und so aus er ist auch nicht meine schuld also hat er die tun so als hätten verloren er junge manchmal wie ich halt so stories von menschen geht es kann man einfach nichts machen man gewinnt den kampf aber trotzdem ist man verlieren oder was läuft dies so in diesem spiel oh schöpfen kapitel 7 wer ist dies ist ich jetzt onkel oder was o much oenisiyo oenisiyo Das geht jetzt auch. In diesem Zeitpunkt, wir werden alle Weltmeister in der ganzen Welt beobachten. Und wenn sich Galena vor ihm niederkniet, dann muss er höher als Cain sein. Ganz kack, hier haben alle einen Tick, die machen so. Oh, dann... Okay, bin dabei. Alles klar. Alright, Freie, dann machen wir hier den Schluss. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. D.P.O. soll das auch noch am Start am Ende. Soll das ein Push-Versuch sein, oder was? Soll das ein Push-Versuch sein, oder was? Ich meine, ich habe ihn da voll geklatscht und jetzt werde ich gepusht. Ich verstehe die Welt nicht. Ah, wie süß, der ist am coolsten. Ah, Boy, du bist der coolste von ihr. Ganz ehrlich, let's go, wir machen weiter. Im nächsten Part dann, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. Bis zum nächsten Mal.